Ich kann euch noch ein Update geben zu meiner Hundesuche. Ich habe mich mittlerweile auf eine Rasse festgelegt. Und zwar, für alle die den Podcast ohne richtigen Namen nicht hören, ich möchte mir dieses Jahr einen Hund anschaffen. Und ich denke, es ist natürlich noch, ich bin noch in den Early Stages, in puncto Informationen einsammeln, alles überprüfen, vor allen Dingen die Frau überreden. Da gibt es noch ein paar legale Hürden. Aber sollte es so kommen, dann wird es ein, nicht ein Berner Sennenhuhn. Berner Sennenhund. Leute, guckt es euch an. Nice. Sind das nicht Prachtexemplare? Und guckt dir das an, guckt dir dieses Gesicht an. Ich sterbe. Kann ich bestätigen, das hatte ich ja auch mal. Du hast einen Berner Sennenhund? Ja, habe ich schon erzählt. Das gibt es doch gar nicht, Nikola. Wunderschöne Tiere. Man muss es einfach sagen. Ein bisschen größer, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Sind schon, schon, aber es geht noch größer. Einen guten Namen bräuchten wir noch. Ich weiß ja auch noch nicht mal, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird. Och, guckt doch mal. Guckt doch mal. Oh, guckt doch die Kleinen. Och, guckt doch mal hier die Kleinen. Oh, Willow finde ich einen schönen Namen. Ich will auch irgendwas, irgendwas Nerdiges, glaube ich. Irgendein, irgendein, äh, irgendwas Fantastischeres. Aber man muss es natürlich auch gut rufen können. Also es darf nicht zu lange, zu lange sein. Tini, Shenlong, Eduardo, T1000, das, T1000, komm mal kurz her. Nee, funktioniert nicht. Butch, bisschen Laser, Buddy, Luna, Pödel, da gibt es ja schon. Ambison, Kratos, Khaleesi, Bones, Morty, Snoop, Jochen, Nein, das ist komisch. Es gibt, manche Namen funktionieren nicht für Tiere. Wenn die zu, du kannst den Hund nicht Frank oder, oder Ute nennen oder so. Das geht einfach nicht. Das muss irgendwie so Bronco, irgendwie so eine Mischung zwischen Autoname und, ähm, weiß ich nicht, Sneaker oder so. Ja, Chirocco oder weiß ich nicht, Lupo. Es muss auch ein Name sein, der so ein Gewissen, der muss als Welpe funktionieren, also wenn er süß ist, aber auch wenn er, wenn er das, wenn er die Familie verteidigt, muss er auch funktionieren. Ich kann nicht sagen, Priscilla, Fass, das funktioniert nicht. Es muss, Babo, hm, Babo finde ich nicht schlecht. Babo könnte, kleiner Babo, oder Babo, haben wir eine Koi. Dann noch gleich Boba. Boba, Boba, Boba ist nicht so schlecht. Boba. Boba. Hm, kann man auch gut rufen. Dexter. Ich hab das Gefühl, Dexter, heißt jeder zweite Hund, heißt Dexter, oder? Gertraut. Hades. Boba finde, Boba finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Boba. Was haben wir denn noch für Namen im Star Wars Universum? Lasst uns mal über, Star Wars Namen. Ich hab das Gefühl, da finden wir was. Pudu, was ist denn? Jabba. Ach so, according to my toddler. Was? Jabba natürlich. Jabba, ja, aber das ist halt ein fetter Wichser. Nein. Du musst ja auch was Positives assoziieren. Han, wo sind denn hier Star Wars Namen? Han, Greedo, Anakin, Count, Jabba, Boba, Mace, Mace, ein bisschen zu englisch. Bane, zu böse. Pit, Vader, Binx, ist aber auch ein Trottel. Maul, Queen, Leia, Monster, Yoda, Varric, Luke, was haben wir hier? What's your Star Wars Name? Yoda, Boba, Newt, Gunray, Greedo, Akbar, Akbar, Obi, Lord Vader, Vader, was ist das hier? Star Wars Name? Oh, da sind viele Namen. Was haben wir hier? Nimbus, Mombus, Hunda, Jordius, Lottius, Bendrin, Vedi, Best Jensen, finde ich nicht schlecht, Best Jensen, Aero Griff, Jackster Hooper, Hooper, Huber, Atlas, ja, Heikrins, Popranida, Edolo, Edolo, Mombus, Hunde hatten wir schon, Dane, Demeter, Diona, El Aleta, Horus, Tyron, Klotu, Zopot, Kolus, 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 komm mal her, kleiner Kolus, Kolus, Bion, Achilles, Ajax, 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 ist auch ein typischer Hundenname, oder? Kalisto, Sophos, Sophia, Tansi, das klingt aber eher nach Planeten, oder? Inzwischen. Ja, da hast du nicht unrecht. Bion, Agnete, Jukovar, Kasimir, was haltet ihr von? Ajax habe ich doch schon mal gehört, als Hundenname. Ajax? Ne? Ajax? Das klingt halt auch zu sehr nach Putzmittel einfach. Ja, schwierig. Warte mal, wir können ja mal Hundenname, Dognames, warte mal, Dognames. Bella, Daisy, Lucy, Molly, Lola, Sophie, Sadie, Chloe, Coco, Maggie, Max, Buddy, Charlie, Rocky, Cooper, Bear, Bentley, Duke, Jack, Tobi. Hier haben wir noch mehr. Hä, warum ist das hier so? Max, Charlie, Milo. Milo finde ich nicht so schlecht. Aber wer nennt denn seinen, du kannst doch nicht einen Hund Bär nennen. Du kannst doch nicht eine Katze Hund nennen. Na gut, Leo, Duke, Teddy, Tucker, Bo, Oliver, Jack, Winston. Ich nenne ihn Winston. Das wäre, das wäre saulustig. Oli, Toby, Jacks, Blue, Finn, Louis, Murphy, Loki, Loki finde ich natürlich auch eine schöne Bedeutung. Moose, Gus, Bruno, Ace, Apollo, Hank, Archie, Kobe, Henry, Thor, Simba, Bailey, Scout, Jack, Buster, Otis, Otis, bisschen fancy, Oreo, Oscar, Bandit, Riley, Baxter, wie bei Anchorman, Baxter, Boomer ist natürlich auch ein guter Name. Prince, nee, Copper, Gizmo, Gizmo, Chance, Rusty, Hunter, Ozzy, Tyson, Romeo, Chico, Joey, Atlas, Goose, Levi, Titan, Brutus, Brutus, the barber, Beefcake, Brady, Ghost, Wall-E, jetzt gucken wir uns mal die deutschen Hundenamen an. Was haben wir da? Hä, wo sind sie denn jetzt? Hier. Buddy, Bruno, Sam, Balou, Sammy, Leo, Oscar, Anton, Max und Paul. Das sind auch gleichzeitig die beliebtesten, oder mit die beliebtesten Kindernamen. Luna, Nala, Emma, Bella, Amy, Frieda, Lotte, Kira, Lucy, Paula. Fast alle mit A am Ende. Warum ist das so? Heißen die meisten, sind die meisten Frauennamen mit A am Ende? Das ist vom Latinischen immer so. Angela, Sarah, Tina, Jana, Maria, Anja, Monika, Christina, Eva, holy shit, ist mir noch nie aufgefallen. A little bit of Jessica. Katharina, Ursula, Oma, Mara, Silvia, Svenja, deine Mutter, Inga, fragen wir mal anders, gibt es auch Frauennamen ohne A am Ende? Ruth, Margot, Else, Elise, Michelle, die was? Die ganz norddeutschen Frauennamen mit E anfang, äh, WDN. Die was? Die norddeutschen? Ja. Kunigrunde, Jacqueline, Jasmin, okay, ihr habt gewonnen, es gibt Namen ohne A am Anfang, am Ende? Bärbel, Bärbel hat gewonnen. Bärbel, auch ein guter Hundenname. Bärbel, komm mal her, Bärbel, komm, ja. Kannst du dann, Babsi, 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 komm mal her, Babsi, komm mal her, Babsi. Ja, fein, ganz fein, Babsi, ganz fein. Ja, das wird mein Streaming-Hund auch. Denk mal dran, wenn ich dann einen Hund hab, dann muss ich ja hier die Tür mal öffnen, dann kommt der manchmal hier an, der, der kleine Racker dann. Hunde-Cam. Hunde-Cam. Babsi, Babsi-Cam. Oder wie, oder was? Milchbaumshund heißt Gnocchi? Ja, vielleicht finden wir auch ein Pokémon. Oder wir nennen ihn einfach nach einem von der Paw Patrol. Sky. Oder Hemingway. Nee. Das ist keiner von der Paw Patrol. Rubble. Ach, Chase. Ja. Akani. Das ist gar nicht so leicht, einen Hundennamen zu finden. Wie wäre es, wenn wir ihm einfach einen Doktortitel geben? Dr. John. Dr. John. Irgendwie so. Wir geben ihm einfach einen Doktortitel. Gab es nicht eine Story bei Indiana Jones mit dem Hund und dem Namen? Ja? War das nicht irgendwie, dass Indiana eigentlich vom Hunde-Namen kommt oder so? Ah, ja. Das kann sein. Ja, irgendwas war da. Du hast recht. Dr. Jones. Indie. Dr. Jones. Jonesy, komm. Dr. Jones. Das fände ich gar nicht so schlecht, den Hund Dr. Jones rufen. Ja, bist du der Star beim Gassi gehen auf der Wiese? Dr. Jones. Kommen Sie bitte, Dr. Jones. Ich sag das auch mit so einem leicht James-Bond-Villain-mäßigen Dr. Jones. Dr. Jones. Nehmen Sie doch bitte Platz. Dr. Jones. Jones. Call me Dr. Jones. Dr. Jones. Dr. Jones. Dr. Jones. Where are you? Einstein heißt ja in Zurück die Zukunft der Hund, ne? Einstein. Einstein, komm mal her, Einstein. Lesch. Lesch, komm mal her. Idefix, Copernicus, Rantanplan. Ei, ei, ei. Das ist der Hund aus Lucky Luke. Dogmeat. Was gibt es noch für Videospielhunde? Oh Gott. Dogmeat, ja, ist von Fallout, ne? Mhm. Orgman's Gaming. Oder was ist mit Street Fighter Zagat? Wen haben wir da noch? Ryu, Ken, Dalsim, Chun-Li, Cammy. Siehst du? Cammy, guter Name. Aber Boba finde ich echt nicht so schlecht. Boba. Boba. Komm her, Boba. Guter Boba. Bist du fett geworden, ne? Boba fett. Boba fett. Ja, bist du fett? Ja, bist du fett? Ja, Boba fett. Boba ist nicht schlecht. Ich finde Boba. Da werde ich doch mal ein bisschen mit schwanger gehen. Aber überhaupt muss ich ja erstmal. Also es ist ja noch weit weg von der Umsetzung. Aber man darf ja träumen an Neujahr. Man darf ja träumen. Der Berner-Sennhund ist natürlich ein bisschen anfällig für Krebs. Das darf man auch nicht vergessen. Das hat unser Hund auch leider durchmachen müssen. Berner-Sennhund ist anfällig für Krebs? Ja, es gibt eine Krebsart, die quasi nur Berner-Sennhunde befällt. What? Ja, das ist dann nicht sehr schön. Aber kann man das irgendwie verhindern? Kann verab werden. Die werden nur sechs bis acht Jahre alt. Also meine war zwölf oder so. Ja, muss man sich wirklich gut vorher... Was ist denn ein Appenzeller-Sennhund? Appenzeller ist das nicht ein Käse? Appenzeller-Sennhund? Ah, der ist ein bisschen drahtiger, würde ich sagen. Aber auch hübsch. Weniger fällig. Appenzeller-Sennhund. Was unterscheidet den Appenzeller-Sennhund vom Berner-Sennhund? Auch schöner Hund, muss man schon sagen. Guck mal, ist ein wahnsinnig schöner Hund. Aber der sieht schon wieder aus, als ob der... Ich will ja auch ein bisschen einen faulen Hund. Und nicht so einen, der die ganze Zeit... Der sieht mir schon wieder ein bisschen zu aktiv aus. Hütehund ist flink aus. Hier, was haben wir hier? Leicht erziehbar, kinderfreundlich. Wohnungshund, eigenständig, kann alleine bleiben, gar nicht. Als erster Hund geeignet, geringe, gesund, intelligent, geringe Tendenz zu beißen, geringe Tendenz zu bellen. Wachhund geeignet, Energielevel. Er ist seinem Herrn in der Treue ergeben und erledigt die ihm aufgetragenen Aufgaben stets zuverlässig. Das klingt wie mein Zeugnis in der Grundschule. Er ist intelligent und verfügt über eine besondere Beobachtungsgabe. Gestik und Mimik seiner Bezugsperson kann der empathische Hund blitzschnell einschätzen und entsprechend reagieren. Trotz seines Temperaments ist er sehr sozial und pflegt besonders zu seinem Herrn ein sehr inniges. Das wäre jetzt wirklich wie ein Zeugnis. Auch im Umgang mit einer Zeugnis zeigt er sich sehr fröhlich. Der lebhafte Hund liebt das Spiel und Toben mit Kindern. Allerdings kann es schon mal vorkommen, dass vor allem junge Hunde ihre Spielpferden aus Übermonden. Pure Spielfreude ins Bein zwicken. Was natürlich rein freundschaftlich gemeint, aber dennoch unerwünscht ist. Mit der richtigen Mischung aus Liebe und Konsequenz verläuft das Zusammenleben mit einem Appenzeller, aber in der Regel sehr problemlos harmonisch. Auch mit anderen Tieren im Haus. Das ist also auch echt ein tollen Hund, muss ich sagen. Appenzeller-Sennenhund. Guck mal, wie schön der ist. Ich kann gar nicht aufhören, den anzugucken. Wirklich, was ein toller Hund das ist. Och Gott, guck mal, die kleinen Gurtchen. Guck doch mal. Kleiner. Also den finde ich echt auch durchaus eine Alternative zum Berner-Sennenhund. Aber ich fürchte, der würde meiner Frau nicht gefallen. Das ist ihr zu muskulös, zu wenig, zu nicht kuschelig genug, glaube ich. Ich finde das eigentlich nicht so schlecht. Muss man nicht so viel am Fell machen wie beim Berner-Sennenhund. Wide Receiver? Wide Receiver. Ist das nicht Football? Was hast du für einen Hund? Ich habe einen Linebacker. Echt? Ich habe einen Wide Receiver. Ja, wir hatten jahrelang einen Quarterback, aber wir haben uns dann entschieden, auf einen Wide Receiver. Ja, ich weiß es nicht. Es wird, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Hier und im Podcast, was passieren wird mit dem Hund. Ich kann es noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich wirklich diesen Wunsch, ich mache, ich mache, also, ich meine das wirklich ernst. Ich meine das wirklich ernst. Es ist kein Joke. Es ist nicht irgendwie jetzt Entertainment oder so, sondern ich habe wirklich Lust auf einen Hund mit allem, was dazugehört, mit allen Verpflichtungen und Verantwortungen, die dazugehören, aber ich bin halt nicht alleine. Ich muss das mit der Familie beschließen und es muss genau geprüft werden und sich informiert werden und so weiter. Das ist ja eine wichtige Entscheidung, die man da trifft, die auch das Leben natürlich beeinflusst in vielen Aspekten. Und deshalb muss das, muss das schon, muss das irgendwie klug darangegangen werden. Aber ich denke mir, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es niemals machen. Die Voraussetzungen jetzt sind da, die Kinder sind noch klein. Wir haben ja auch genug Platz. Wir haben einen Garten. Hier sind genug. Und es würde, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe richtig Bock, abends oder nachts, wenn der Stream vorbei ist, nochmal mit dem Hund um die Häuser zu ziehen. Es ist für mich gut, mich ein bisschen zu bewegen. Und ich hätte einen Buddy. Einfach noch so einen Buddy, der hier ist, der sich freut. Wenn alle schlafen, hängt er noch bei mir ab. Ja, wenn es regnet und schneit. So what? Das ist doch geil. Zieht man sich warm ran und geht mit seinem Hund nochmal raus. Früh um sieben muss er auch raus. Ja, das muss er die Frau machen. Wir teilen uns dann auf. Ich mache die Nachtschicht, sie mache die Frühschicht. So machen wir es bei den Kindern auch. Ja gut, nie spontan Urlaub machen kann ich jetzt auch nicht. Ich mache zwei Wochen im Jahr Urlaub. Entweder ich finde was, wo ich den mitnehme oder ich gebe ihn in ein Hundehotel oder zu einer befreundeten Familie oder Freunden, die damit umgehen. Also da mache ich mir nicht so Sorgen. Da würde man einen Weg finden. Aber wegen zwei Wochen Urlaub im Jahr will ich nicht drauf verzichten. Und ich meine ganz ehrlich, Millionen Menschen da draußen, Familien, haben Hunde. In Amerika gibt es, glaube ich, keine einzige Familie, die keinen Hund hat, so ungefähr. Die kriegen das ja auch irgendwie alle hin. Also, nee, ich finde, also wenn man, ich meine, ich habe auch zwei Kinder. Also insofern, wenn man sich entscheidet, das zu machen, dann gibt es ja ja auch, dann macht man das und dann macht man das auch verantwortungsvoll und richtig und ganz oder man sagt lieber nicht. Aber, also natürlich gibt es auch Situationen, wo man vielleicht sagt, okay, das haben wir uns anders vorgestellt, das wollten wir so nicht oder der Hund hat Tollwut oder was weiß ich, wo es, ich will niemanden verurteilen, wenn, wenn jemand sagt, wir haben den Hund abgegeben oder so. Das kann ja passieren. Aber generell sollte man sich, glaube ich, da, es ist keine Handtasche, die man sich zulegt oder so. Wo man sagt, ja, die trage ich jetzt mal ein halbes Jahr und dann gefällt die mir nicht mehr oder so. Also, finanziell kein Thema vermute ich, Tierarzt etc. Ja, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also, ich weiß jetzt nicht, was finanziell da auf mich zukommt, aber, also ich glaube nicht, dass das so ein großes Thema wird, dass ich sagen kann, das kann ich mir, ich kann mir keinen Hund leisten. Auch wenn natürlich dafür Kosten anfallen. Aber der Hund eines Streamers hat mal Plastik verschluckt, 11.000 Euro Operation. Okay, das ist natürlich, da kommt man dann natürlich schon in Regionen, wo es dann irgendwann nervig wird, aber gut.